Wir sind heute im Tierheim Wurzen bei Buddy und Bailey, denn die suchen ganz dringend ein neues Zuhause und tatsächlich gestaltet sich das gar nicht so einfach. Ich dachte immer, dass Welten eher schneller das Tierheim verlassen würden als ältere Hunde, aber ganz so leicht ist das dann doch nicht. Ja, Bianca, erzähl mal, was muss man über die zwei Hüten hier wissen? Die sind ganz schön clever, beobachten uns Menschen sehr genau. Insofern möchten wir sie gerne an erfahrene Hundehalter vermitteln, die mit viel Liebe und Konsequenz und vor allem Konsequenz den Hunden verständliche und klare Regeln aufzeigen können und die auch durchführen oder umsetzen können. Okay, das heißt, was eignet sich? Familien, Alleinstehende, brauchen die später für Platz, einen Garten oder reicht eine Wohnung? Also da sind sie, glaube ich, relativ offen. Kinder sollten natürlich schon ein bisschen größer sein. Hier liegt tatsächlich die Erfahrungswerte im Vordergrund. Jetzt hat die gerade die Kamera gestillt. Okay, was so die Gesundheit angeht, die sind geschippt und... Die sind schon, also die würden das Tierheim dann geschippt verlassen, geimpft und entwurmt natürlich. Okay. Ansonsten ist alles gut. Ja, okay. Gut, ja, wenn Sie jetzt das Interesse gemerkt haben und sagen, hey, die zwei Süßen auch natürlich einzeln, die müssen nicht zusammen vermittelt werden. Sie haben ein neues Zuhause für die zwei, können denen irgendwie ganz viel Liebe schenken und vor allem haben sie auch Erfahrungen mit Hunden und sind bereit, auch Regeln aufzustellen und die vor allem auch einzuhalten mit den Zweien, dann melden Sie sich gerne beim Tierheim in den Wurzen. Genau. Vielen Dank.